Ja und Céline, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich kann verraten, du kamst gerade zurück beim Auskentern und hast gesagt, was ist das für ein tolles Pferd. Also ihr zwei harmoniert perfekt. Also in der Klasse macht die eigentlich alles von selber. Also die ist immer platziert und läuft einfach ihr Ding durch. Die weiß, was sie machen muss. Ich hatte kurz den Moment, wo ich dachte, oh oh, hoffentlich kommst du da jetzt noch durch. Willi war vor dir und dann war auf einmal keine Lücke da. Hast du da auch kurz gestockt oder warst du dir sicher? Nee, weil ich habe bisher immer den Fehler gemacht, wenn ich keine Lücke gesehen habe, außenrum den Weg zu nehmen. Aber heute hat es einfach gepasst und ich dachte mir, da wird schon noch was weggehen bei dem Boden. Also die Ruhe bewahrt und alles richtig gemacht. Meine Damen und Herren, der Nachwuchs im Saatfeld, jetzt geht es für unsere Sieger im zweiten Rennen zurück. Und wir wollen sie nochmal hochleben lassen. Das ist ein Heimsieg. Tilda Rangau siegt mit Céline Yon. Herzlichen Glückwunsch. Tilda Rangau. Vielen Dank.